Untertitelung im Auftrag des ZDF So, es haben schwer eingeliegt, wollen wir sehen, ob es Wasser geht. So, es ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. So, es ist ein Schiff. So, es ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. So, es ist ein Schiff, das ist ein Schiff. So, es ist ein Schiff, das ist ein Schiff. So, es ist ein Schiff, das ist ein Schiff. So, es ist ein Schiff. So, es ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Okay, weiter nix. So, jetzt kommen wir nach Sinage. Heu und Blatt. So, jetzt kommen wir Quelle. Dann kommen wir nach. Okay, weiter. So. Wir ziehen das Ok. Das ist ein... Ein. Da ist ein Wettbewerb, wo wir fahren mal über zwei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wächst da ein Unkraut und kann man auf der Frucht zu aufbleiben machen. Aber das hier ja, äh, doch auch nicht so. So gar nicht weiter wächst. Sauber. Und, nö, Postschluss da nicht dabei. Das macht nix. Programmieren wir ein. Zwei Bahnen reicht. Weich. Und, rote rum. Jetzt sieht man gut aus. Das war's. das scheint zu klappen das erste jetzt kriegt er mit 15 km lang die heubahn presse die heubahn die heubahn die heubahn Ich auch steigen. Nur schon. Können wir ziehen. Kurs führt. Kurs führt. So. Muss ja nicht mal ein Prozent sein, aber... ...ein paar. Eben, reichen. Kurs führt. Kurs führt. Kurs führt. Kurs führt. Watt vor. Da sieht ich mal ganz gut aus. Ich würde nicht alles kriegen. 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 Da sieht man nicht schlecht aus. Ein paar Heuballen kriegen für den ersten, das ist gut. Derzeit arbeitet er. Können wir heute schon mal arbeiten. Mal schauen, was hier los ist. Was gedüngt ist. Feldfrüchte ist immer alles drin. Musst du wachsen. Gut. Aber auch nicht gut. Lassen wir arbeiten. Jetzt haben wir auch schon ein paar Ballen. Lkw. Jetzt ziehe ich die Heuballen. Weg. Können wir hier herstellen. Hier. Hier. Vorfahren neben hier ist der. Feld 2. Und auch noch am Captain. Genau. Hier auf Feld 3. Zettel. Und Ballen. Margeballen. Denk mit dem. Da geht's gut. Gucken wir vorwärts. Hier oben. hier oben. Wir können doch noch dauern. So. Jetzt gehts nah rum. Heu. bgh testen muss ich mal ein silageball haben wie ist der reifzustand von grasfeld ja das kann auch wachsen musste wachsen das muss noch wachsen ich bin auch nicht hin hier machen wir eine kämpfung So, wie kommt das? Noch nicht da, sondern kommt, bitte. So, meine liebe Freunde, Lampe Chef, das soll's für die Frau gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Gefallen würde ich mir ein Like freuen. Genau so würde ich mir ein Appel freuen. Ich hoffe, ihr wiedersehen. Zwei beiden Anfragen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bye.